Herr Lohmeier muss ein Schriftstück mit sich geführt haben. Haben Sie das zufällig gefunden? Was für ein Schriftstück? Herr Lohmeier hatte doch sicher ein zweites Exemplar dieses Vorvertrags. Ist es nicht so, dass Vorverträge auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können? Das Hotel verfügt über einen versteckten Mehrwert. Ich werde eine Tiefgarage bauen lassen. Ups, was für ein dummer Zufall. Wird dabei das Fundament von Haus Nummer 3 beschädigt. Ein Gutachter wird bestätigen, dass die Statik angegriffen worden ist und leider, leider, leider müssen alle Bewohner ausziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017